Das sind die Maßnahmen, die verordnet werden. Die Regelungen treten mit Sonntag, 25. Oktober 2020, 0 Uhr in Kraft, schreibt der Gesundheitsminister in einer Aussendung. Das sind die wichtigsten Eckpunkte, die Minister Anschober veröffentlichte. Schutz durch mehr und besseren Mund-Nasen-Schutz. Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen, etwa eine unterirdische Passage, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch bei Veranstaltungen, sowohl indoor als auch outdoor, mit zugewiesenen Sitzplätzen, muss auch am Sitzplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ein Mund-Nasen-Schutz muss künftig eng anliegen. Damit wird klargestellt, dass Gesichtsschilder oder Kinnvisiere nicht als Mund-Nasen-Schutz gelten. Schutz durch verpflichtenden Mindestabstand. Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Beim Betreten von öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen kommt dazu noch die Verpflichtung, eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. In der Verordnung sind auch mehrere Ausnahmen von der Abstandspflicht festgelegt. Unter anderem gilt die Ein-Meter-Abstandsregel nicht zwischen Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, innerhalb von Gruppen bis höchsten sechs Personen, plus maximal sechs minderjährige Kinder bis 18 Jahre, zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- und Betreuungsleistungen einbringen. Im Flugzeug sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln kann der Mindestabstand von einem Meter in Ausnahmefällen unterschritten werden. Daher ist hier der Mund-Nasen-Schutz auch verpflichtend. Mit der Novelle wird auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in U-Bahn-Stationen, Bahnsteigen, Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie deren Verbindungsbauwerken verpflichtend. Wer sich künftig bei Kontrollen darauf beruft, aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen zu können, muss dies durch eine Bestätigung eines in Österreich zur Berufungsausübung berechtigten Arztes nachweisen. Neue Schutzregeln in der Gastronomie. Für die Gastronomie werden die maximalen Gruppengrößen auf sechs Personen Indoor, plus maximal sechs minderjährige Kinder bis 18 Jahre, gegenüber denen eine Aufsichtspflicht wahrgenommen wird, und auf maximal zwölf Personen Outdoor plus maximal sechs minderjährige Kinder bis 18 Jahre, gegenüber denen eine Aufsichtspflicht wahrgenommen wird, verringert. Hat ein Gastronomiebetrieb mehr als 50 tatsächlich zur Verfügung stehende Sitzplätze, ist ab dem 1. November 2020 ein Präventionskonzept vorgeschrieben. Auch muss ein Covid-19-Beauftragter oder Beauftragte bestellt werden. Zudem dürfen Speisen und Getränke mit Ausnahme von Imbissständen, Märkten und Gelegenheitsmärkten ausschließlich im Sitzen konsumiert werden. Neu ist zudem, dass nach der Sperrstunde alkoholische Getränke im Umkreis von 50 Metern um einen Gastronomiebetrieb nicht konsumiert werden dürfen. Das gilt auch für Tankstellenshops mit Gastronomielizenz sowie für Imbissstände. Neue Schutzmaßnahmen im Veranstaltungs- und Sportbereich. Für Veranstaltungen werden Teilnehmerzahlen deutlich verringert. Sechs Personen bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze in geschlossenen Räumen plus höchstens sechs minderjährige Kinder bis 18 Jahre gegenüber diesen anwesende Personenaufsichtspflicht wahrnehmen. Zwölf Personen bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze im Freien plus höchstens sechs minderjährige Kinder bis 18 Jahre gegenüber denen Aufsichtspflichten bestehen. 1.500 Personen bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen im Freien. Grundsätzlich sind mehrere Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze wie etwa Sportkurse an einem Veranstaltungsort möglich, wenn die Höchstzahlen von sechs Indoor- bzw. zwölf Teilnehmer Outdoor eingehalten werden und etwa eine klare räumliche Trennung oder zeitliche Staffelung erfolgt, durch die eine Durchmischung der beiden Gruppen ausgeschlossen ist. Auch Essen und Trinken bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen wird eingeschränkt. Im Rahmen der Veranstaltungen gilt ein Verbot der Ausgabe von Speisen und Getränken mit Ausnahme von Wasser. Jedoch gibt es auch da Ausnahmen. Für Veranstaltungen mit über sechs Personen in geschlossenen Räumen und mit über zwölf Personen im Freien ist ab 1. November 2020 ein Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Außerdem sind diese Veranstaltungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde unter Vorlage des Präventionskonzepts anzuzeigen. Ebenfalls neu geregelt werden in der Novelle Proben und Aufführungen von Chören und Musikkapellen. Im Amateurbereich dürfen künftig nur noch sechs Personen Indoor und zwölf Personen Outdoor teilnehmen. Im Profibereich besteht die Verpflichtung zur Erstellung eines Covid-19-Präventionskonzepts. Übersteigt die Anzahl der Teilnehmer 50 Indoor und 100 Outdoor ist darüber hinaus ein Covid-19-Beauftragter zu bestellen. An Begräbnissen dürfen künftig bis zu 100 Personen teilnehmen. Die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstandes wird auch bei der Sportausübung als Grundsatz wieder eingeführt. Ausgenommen davon sind Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, sowie bei kurzfristig sportarttypischen Unterschreitungen, zum Beispiel beim Überholen bei Laufveranstaltungen. Ebenso ausgenommen sind erforderliche Sicherheits- und Hilfeleistungen, vor allem durch Trainer, etwa die Sicherung beim Klettern. Besondere Schutzvorkehrungen für Alten-, Pflege- und Behindertenheime beim Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen gilt für Bewohner in allgemein zugänglichen und nicht zum Wohnbereich gehörenden Bereichen, für Besucher und Mitarbeiter eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ausgenommen sind Bewohner, denen es aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen Gründen nicht zugemutet werden kann, diese Vorgaben einzuhalten. Zudem wird ausdrücklich festgelegt, dass Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung sowie zur Begleitung kritischer Lebensereignisse jedenfalls zu ermöglichen sind. Jeder Betreiber von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen hat basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Bei allen Schutzmaßnahmen, die der Heimbetreiber vorsieht, ist besonders darauf zu achten, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt und unzumutbare Härtefälle vermieden werden. Strengere bzw. umfassendere Verordnungen durch die Bundesländer sind zulässig. Be